Prinz Harry und Meghan Markle hatten bereits vor ihrem offiziellen Rücktritt von ihren institutionellen Ämtern eine frostige Beziehung zur königlichen Familie. Prinz Harry und Meghan Markle müssen sich mit hochrangigen Mitgliedern der königlichen Familie versöhnen, wenn sie in Hollywood erfolgreich sein wollen, warnte ein königlicher Experte. Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben sich seit ihrem Rücktritt im März 2020 faktisch von der Monarchie entfremdet. Sie sind beide nach Großbritannien zurückgekehrt, um an wichtigen Familienveranstaltungen teilzunehmen, darunter der Beerdigung der verstorbenen Königin im letzten Jahr. Die Kommunikation mit den Royals war rar, eine Situation, die durch ihre mehrfachen Angriffe auf die königliche Familie noch verschärft wurde. Letzten Monat geriet das Paar nach der Veröffentlichung von Omid Scobis Biografie, Endgame, in einen neuen Skandal. Es gab Spekulationen über einen Beitrag des Paares zu dem Projekt, nachdem die Herzogin zuvor mit Scobie und seiner Kollegin Carolyn Durend an, Finding Freedom, zusammengearbeitet hatte. Meghan und Harry haben sich nicht mit den Behauptungen des Autors befasst, und die Expertin Kinsey-Schofield warnte, dass das Paar offenbar, Endgame zu nahe, sei, als dass die Familie ihnen verzeihen könnte. Und sie deutete an, dass die anhaltende Fede die Hollywood-Pläne des Paares erheblich behindert. Sie sagte gegenüber GB News. Deadline hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass Meghan insbesondere über WME darum kämpft, Markenverträge abzuschließen, und dass die Agentur sich wirklich den Kopf zerbricht, wie sie Meghans Marke verwalten soll. Deadline hat kürzlich einen Bericht, in dem es heißt, dass das Paar offen ist.